so liebe leute weiter geht's mit der system syndicate und wir machen heute weiter und zwar mit kopf geht ja jetzt auf die haut ab die frage ist wie viel wie weit kommt die weg das war natürlich blöd dass die jetzt dazwischen gefunkt hat viele sind ja eh nicht da und haben ja keinen so groß so jetzt haben wir nur noch den einen dort klar dass der jetzt natürlich kommt ist mir auch egal weg damit gut ich hoffe dass ich jetzt keine großen einfach einzeln kriege ich euch ohne problem und da war so viele auf einmal ist natürlich ein bisschen schwierig so so jetzt muss ich jetzt mal weg hier geh weg so So, dann haben wir das da lang. So. Ja, ja, du hast mich in Ruhe. So, dann kann man sie jetzt abliefern. Dann haben wir das Thema Kopfgeldjagd weg. So ist's weg. Aufschlimm, Walter. Da bist du nicht. Wer ist ein gutes Weg? So, erledigt. Erledigt. Kopfgeldjagd abgeschlossen. Dann haben wir den nächsten Teil auf. Oh ja, das ist der große Teil hier gegen das Hausmarkt. Bam. Sausmarkt. Ammer. Frei. Dann kann man auf der Seite heute das Finale machen. Der Bannkrieg ist verfügbar. Supi. I like it. Dann kann man hier hinschreisen. Ja, wir gehen da hin. Weil wir dann nämlich direkt den nächsten Teil machen können. Das dauert jetzt ein kleines Momentchen, bis wir da geladen haben. Bis wir da weitermachen können. Weil dann machen wir heute den Bannkrieg. Dann machen wir nämlich das Hausmarkt zu. Und dann kann man nämlich den Teil der Temse weitermachen. Dann kriegen wir das nämlich auch alles noch heute gepackt. Das ist nun mal gut. Weil hier, wenn ich jetzt sage... Wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt Feierabend, dann sind wir hier bei 5 Minuten oder so. Die Folge, das ist ein bisschen sehr gut. So, so zwischen 15 Minuten möchte ich schon nirgendwo hinkriegen. So, gut. Was haben wir... Wie gesagt, als nächstes die... Genau, die Kopfkirche. Habe ich jetzt irgendwie die Karte ein bisschen falsch gesehen? Das wäre jetzt eigentlich noch... Eigentlich müssen wir ja dorthin noch. Im Fotis Level 6. Okay, ja. Das können wir schon nirgendwo. So, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Das ist halt die große Frage. Es ist immer noch Level 6. Ich weiß nicht, was mir so bevorsteht noch an Feindeskraft. So, gehen wir mal da rüber. Gut. Gängebiet ist relativ easy, weil das nicht nur wir alleine sind. Das ist gut, dass wir immer noch ein paar Jungs dabei haben. Also, wie gesagt, das große Finale ist halt dieser Folge, ist auf jeden Fall dieses Gang-Ding hier zu machen. Oh, da... Dann spielen wir das heute. Miss Plum hat, wenn auch zögerlich, ihre Herausforderung angenommen. Alle Waffen sind erlaubt. Mögen die Stärkeren gewinnen. Ja, let's go. So, große Frage, was müssen wir als nächstes machen? Äh, klar, äh... Töten. Eigentlich. Ist das das Einfachste, was wir heute machen müssen. Ich muss gar nicht aufhören, wo ich hier bin. Da. Ja, leck mich doch mal, du kannst nicht mal weggehen, weil da... Ich muss mich direkt vor dich stellen, damit du da nicht fliehen kannst. Das ist teilweise ein bisschen krass, was sie sich dann einfach noch eiskalt davor stellen. Ja, zweimal davor, da kann ich schon die Hände... Egal. Alles gut. Ja, wir kriegen doch schon irgendwie noch hin. Alles gut. Wir kriegen doch schon irgendwie noch hin. Alles gut. Ich mach mir da jetzt keine Gedanken irgendwie. Wenn wir das nicht diese Folge hinbekommen, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ist dann halt einfach so. Aber wie gesagt, eigentlich ist der Plan, dieses Saalgebiet heute in der Folge zuzumachen. Weil dann kann man nämlich anfangen, die Tempsitz erobern. Und dann haben wir unten diese kleine Ecke schon mal weg von London. Und dann ein bisschen quasi ins Stadtinnere reinarbeiten. Also die nächsten Folgen wird sowieso erst mal komplett Eroberung bedeuten. Ja, machen wir das doch mal, ey. Ich hab ne Uhr hier mitlaufen. Das heißt, ich weiß ungefähr, wie lange die Folgen sein werden. Und das ist halt normal, dass wir da in extrem kurze Folgen kommen. Hat aber auch nur seinen Grund. Umso mehr kann ich natürlich momentan raushauen. Wenn ich jetzt natürlich die ganze 30, 40 Minuten Folge mache, dann gibt es immer zu viel. So, kann ich ja nicht, kann ich nicht einfach wieder hoch ein bisschen, ne? Ich versuche, versuche es mal einfach tatsächlich wieder ein bisschen hochzukommen. Ich versuche, ich kann nicht irgendwie hochgehen. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, also ich kann nicht, ich kann nicht hochgehen. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich versuche, ich bin alleine nur noch. Ich versuche, ich bin alleine nur noch. Ich versuche, ich bin alleine nur noch. Ich gewinn da sowieso nicht. Nicht gegen alle. Ja, fick dich doch, Alter. Ich habe mir fast gedacht, okay, wir versuchen es irgendwie noch, in diese scheiß Kopfgeldjagd das Ding hinzukommen. Also, naja. Nichts Problem, ich kann nicht hochgehen. Ich kann nicht in ein höher gelegenes Gebiet gehen. Scheiße, ärgerlich. Aber gut. Ich hatte so ein bisschen gehofft. Dass ich das trotzdem schaffe, irgendwie. Komm mit mir. Ich hab Arbeit. Wie läuft's bei dir? Eben, gern. Auf geht's. So. Und das machen wir in der nächsten Folge nochmal. Dieses, diesen Kampf dort. Bis dahin. Und tschüss.